Unterwegs nach Nepal So, dann gucken wir mal, ob wir heute mehr Glück haben. Wieder Fahrer dabei. Wen haben wir da noch? Äh, wie heißt sie? Mercy? Wie heißt sie? Ja, Mercy, war. Wen habt ihr da noch? Soldier, Rotak. Übrigens sehr cooler Skin von Mercy, ja? Finde ich irgendwie cool. Muss denn Gewalt immer die Lösung sein? Und, warte. Curry, für drei. Komm hier, du kannst hier wieder... Ach nee, du hast ja nicht. Das sieht dann diesmal. Oh, nicht schreiben. So, go, go, go. Hier fehlt gerade Matze, sein Lucio. Wegen dem Schnelllaufen. Ach, Abwechslung muss man sein. Ach, ich hab mich halt nun mal in Junkrat verliebt. Das, das, das geht nicht anders. Okay, du, du solltest in der Luft sein, nicht? Okay, da haben wir den ersten Kill. Nein, Mei, geh weg. Shadow, bitte sie. Aber... In diesem Shift hab ich heute schon mal gezackt. Bam, Mei tot. Fishy. Ja. Energie vielleicht, so ein bisschen. Uh, Fishy ist tot. Hier, hier bist du. Hier, bei uns wird Mei wiederbelebt. Ich bin eingefroren. Bin auch tot. Doppelkill. Hinter uns, Bogenschütze. Wow, wow, Fahrer, Fahrer schießt rein von oben. Oh, er hat mich. Das Gute ist, die haben nichts, wo ein Schild machen kann. So sprich, wenn es alle mal drinstehen, sind sie immer tot. Bin auch tot. Na gut, ich war eh fast tot. Ich hab ne Ulti, die sollen ruhig alle in der Mitte stehen. So. Dann hauen wir doch mal unser Moped rein. Echt, um die Ecke könnten ein paar sein. Hat der das Ding zu sich gezogen? Ja. Fail. Ein Soldier von denen. Komm her, Mei, komm her. Ja, ist klar. Ich mach meine Gestalt und die im Aktivieren. So, das haben wir. Oh, Vorsicht, die. Und auch noch die, auch noch. Das war natürlich Assi. Double Ulti. Ich bin da. Nein. Das ist doch sch... So. Aber ich leuchte, ich bin on fire. Oh, ich hab vier Gold, Alter. Hab'n Handschiff. Kommt rein. Go, go, go. Nein, das war wieder mies. Hast du den Schatz? Notalk ist fast down. Nein, der ist schon geil. Jetzt ist er down. Mach, ich wollte gerade die Dings da reinschmeißen. Matze, pass auf. Ich bin tot. Aber ich hab zwei mitgenommen. Matze, du musst dich schnell bewegen. Als Liefer vor allem. So, ab in die Mitte. Mei, komm her, Mei. Bam, weggeballert. Tot ist er. Vorsicht, hinten im Hintergrund der Bogenschütze. Abfahr genommen. Nein. Ich hab' ich dir dann. Ich auch. Ich auch. Aber heb' nachher auf am besten. Das ist so nervig. Wo musst du hin? Okay, ich werd' mich nicht mehr reinschieben. Baaatz. Ich bin übelts on fire, Alter. Meine Mama sagt immer, ich bin ein Spätsinder. Komm, Matze. Das ist doch hier ein von hinten. Ah, da hat er mich. Hätt' ich jetzt mal. Aber das wär so schön gewesen. Ja, wir sind gerade alle auf dem Haufen. Matze, Lauf! Ach, ich hab's überlebt. Scheiße! Aber das wär so schön gewesen, wir waren alle fünf vorbei im Fleck. Boah. Und ne schöne Ulti. Durchspreng rauf und genau gegen ne Ecke vom Dach, die Ulti geworfen. Moped kommt. Ja, rein mit dem Moped. Der, der hat mich schon wieder um die Ecke gezogen. Das hat sich so sehr an diesem Motor. Bam, Überraschung. Zwei geholt. Achtung, Ulti vom Dach. Boah, hat er mich erwischt. Guck mal, der hat mich wirklich einfach um die. So, Schade, wir müssen uns rein. Die müssen die E-Box ein bisschen ändern. Ja, wenn er dich heimert, dann erwischt, dann ist, ziehle dich durch, überwischt wendet. Boah. Echt vier Goldmedaillen. Los, das muss man gewinnen jetzt. Das ist noch die Krönung zur Runde. Jetzt gibt es eine Abkriege. Hier links. Ja. Los, Bewegung. Nein, jetzt Gold hit. Oh, ich lebe noch. Nee, nein. Jawohl. Ich hab vier Gold, Alter. Wo sind wir das noch mal? Auf Tab. Nee, umschalt. Nee, doch Tab. Wenn ich mich hier so umsehe, wird mir schlecht. Hast du den Köln wieder ran? Tab und dann unten links. Fünfzehn Eliminierung. Neun Zielvorschritt Kills. Oh, ich hab, ich hab mich eine. Oh Gott, ich hab eine silberne. Drei von uns sind brandgefährlich. Ja. Und Feuer. Im Wunder, dass der Chris da runter ist. Ja. Dazu war ich noch ein T-Term. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Die Dealmap liebe ich am meisten irgendwie. Finde ich irgendwie cool. Oh, das Dealmap. Da kann ich immer schön reinbomben. Ich mach's nicht so weit. Geh hier recht. Oh nein. Nein, die ist schon wieder um die Ecke. Du, Assi. Und hab meinen ersten Kill. Oder doch nicht. Vor allem renn ich auch immer in seinen doofen Haken rein. Es ist nicht so, als ob er nicht gut gut ist. Ich kann rein. Ja, der Born geht jetzt nicht so weit. Jetzt stirb doch mal. Hell, denn sterbe nicht. Sie atmen nur kurz nicht. Boah, schön hin. Komm, die kriegen wir locker. Easy peasy. Und ich krieg den Trotz doch ab. Taktische Nuchtwendigkeit. Hanso ulti. Den rum auf den Hanso raus. Von rechts, ich von links. Hab den Hanso. Oh, du bist der Op-Down. Mei. Nein, Mei. Aus. Aus. Kot. Nee. Hab weggebombt. Komm, geht nicht so weit. Ich zieh euch ein Stück zurück wieder. Ich brauche Energie, Regie. Hab Fahrer. Sehr schön. Golders auch. Alter, ich hab ultisch gereinigt. Nein! Ich werd immer gehockt heute. Was ist das? Ich bin ja heute unfällig hoch 10. Nein. Das steht locker nicht. Oh, Double Kill, Alter. Den hab ich nicht mal gesehen. Helden sterben nicht. Aber alles hat seinen Preis. Helden sterben nicht, aber alles hat seinen Preis, sagt's. Ich hab auch wieder Ulti. Ich hab auch Ulti. Der hab ich wegen der Drecksmeid. Wo ist die? Rechts. Also. Ich glaube, er ist wieder mit. Alter. Nein. Der. Nein! Jetzt reicht's, Alter. Hat er nicht gehüter gehuckt? Ja, aber wieder um die Ecke. Mob-Wett kommt. Brotacard holen. Kurz. Na, ich bin zwar tot, aber hab drei Stück gekriegt. Da will ich auch keinen Fall. Auch nur ein Witz. Das müsst ihr euch später angucken. Das ist echt nicht mehr normal, wie oft ich jetzt grad in die Ecke gehuckt wurde. Toll, ich hab nur noch zwei Gold. Das ist doch scheiße. Ich hab Gold. Ich hab, ja man, ich hab fünfmal Bronze. Nein, Mei, aus. Achtung, Hanzeholti. Bist du weggesprengt? Die kommt. Ähm, in die Mitte. Oh, ich komm nicht weg. Die hat mich eingesperrt, äh, eingeeist. Ich hab mit meiner Leiche, mit meinem Bombengürtel zwei Leiche, äh, zwei Typen gekillt. Ich hab schon ganz andere Sachen überlegt. Ah, der ist verloren. Gewonnen. Ah, jetzt hab ich dreimal Silber, zweimal Bombengürtel. Sehr schöne Runde. Na, guck mich, ich werd vielleicht noch ein, äh... Oha, guck mal, wer der Highlight ist. Diese Highlight-Zellen hat mit dem Charakter... Oh, die war super. Das ist eure gerechte Strafe! Rafa! What? Hälst du dir noch Gold mit deiner Pastel, wenn du das zu gewinnen bist. Kill Assists. 45... 47 Prozent, Alter. Schön verteilt, alles. So, Matchbewertung noch um... Drei. Zack. Joa, zwei Gold, eine Silber. 25 Eliminierung, wer bietet mehr? 24. 24. Muhaha. Das ist bitter. Null. Null. Links unten Rishi. Ganz unten. Landeanflug auf Numbani. Numbani. Beteiligung, ja. Das ist eine crazy Spiele. Beteiligung? Ja. Ich werd ja auch mal den anderen spielen, aber nee, ich bleib Junkrat treu. Dem anderen muss ich mich erst wieder einspielen. Reinhardt! Reinhardt. Du, Reinhardt. Das bin ich wirklich so sehr alt, gerne alleine, weil da... Ich musste immer durch wechseln. Oder immer an dich ans Team anfassen musst. Das ist immer recht praktisch. Ich hab'n Bombenleger, ich kann... Ich pass' an alle Teams. Ich bin der, der für Damage da ist. Äh, Reinhardt war der mit dem Schild, war? Ja. Okay, gut. Muss ich immer hinter dir bleiben. Das hat super funktioniert in der Aufwärmrunde. Hier ist da, die Kammer der Reister. Bam! Und... Oh, hopp. Da kann man es auch bei den Gäten machen. Da ist man hinter denen. Das ist auch immer so geil. So, dann gucken wir doch mal. Ja, Crusader-Rüstung. Nein! Heute wird Reihauß geliefert! Spider-Man. Wir dürfen nicht so weit nach vorne, ne? Jetzt raschen die B-Einfach an uns vorbei. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Numbani ist ein Drecksloch. Numbani ist ein Drecksloch, sagt er. Schattdach, da raus! So, dann hoffen wir mal, dass irgendjemand... Hier fühlt sich's Lucio immer wohl. Okay. Das ist ne Stadt, die... Wo sie alle machen, was sie wollen. Ich bin euer Schild! Nee, perfekt. Da wollte ich sogar hinhaben. Nice. Ich will nicht oben sein. Ich will unten sein. Kommen alle von rechts, glaub ich. Das ist der größte Teil. Eins. Angreifer nähern sich. Oh, der ist schon fast tot, Alter. Der ist fast tot, Alter. Alter, Fahrer rechts oben. Der ist fast tot, der Robber. Mein Geschütz hat schon zwei. Wir haben Heiler und Soldier rechts. Mit Tracer gegen Rautog. Wenn ich einmal hofft, bin ich je tot. Boah, auf einmal kann ich weg. Bis Soldier, later. Hab's runtergesprungen, war nicht so schade. He he, hatten. Von oben. Alles Gute, kommt von oben. Mit Bomben. Was ist Bombenwetter heute? Boom. Oben läuft er, Vorsicht. Komm, Lickin. Eine Sekunde. Roger ist fast gut. Einmal Flaschenlautsch noch. Fahrer und Heiler. Nein! Lol, da war der Lickin. Bam, Alter, um die Ecke. Wiederbelebt worden. Ah, er hat mich, er hat mich. Wow, wow, wow. Ah, scheiße. Hätte ich mal noch drauf gedrückt. Mir stirbt keiner weg. Ah, Fahrer ist gegen... Ah, Bogenschütze. Hier, hilf mir doch mal einer gegen Fahrer. Fahrer gegen Junkrat ist, äh... Da sieht man keine Sonne. Wo sind sie gerade alle? Ja, alle hier beim Bus. Beim Bus. Oh, Fahrer hier. Okay, pass auf. Wo ist der Bus? Oh, Mann. Fahren wir alle wieder. Oh, Mann, Fahrer ist echt eklig. Dieser Kuro. Kuro. Pass ich an, dieser Tracer-Ulti. Weil ich so einen Mini-Ranger. War gut geschossen, ey. Alter, es kann doch nicht sein. Wo seid denn ihr alle? Ja, tot, Mensch. Wir waren tot. Wer schützt auf Sie? Leute. Gerade übel ist der Internet-Plex. Ja, ja. Moment nicht. So, pass auf. Vorsicht gegen Verkehr! Oh, Mann. Bam, hab zwei. Bei uns sind vier vier. Happen. Guck mal mal. Von hinten. Ich hab mich schon geduckt. Ich hab den Salzgehalt gerade vor 100 Prozent. Einfach mal reingerannt in die Mitte. Ja, wir sollten so ein bisschen wieder auftreten. Aber ich hab immer noch zwei Gold. Ich bin tot. Macht doch nicht sowas. Ja, wir verlieren gerade alles, ne? Die kriegen gerade Checkpoint nach Checkpoint ohne wirklich einen Kampf. Naja, wegen Fahrer. Weil Fahrer uns einfach wegbombt. Wie ihr den schon kennt. Alter. Dein Ernst? Dein Ernst, Darlay? Alter, ich geh. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Ich toke so sehr. Was für Lack-Shots hier. Ich bin wieder in Rolltaus. Fünf on-Fire-Guts, ja? Da wüsste ich mal, was dann halt ist. Komm, den letzten halten wir. Ich hell den Sterben. Den letzten halten wir. Hohohohoho. Komm, jetzt haben wir erstmal... ...diesen Scheiß-Fahrer hier schon wieder um die Ecke schießen, sehe. Boah, ich mach' ein. Das hat euch gefallen. Ich baue mich weiter hinten auf. Dein Kopf, zwei Arme, ein, ein, alle Knochen. Hohohoho. Hab den Soldier. Hab den Roadhog. Hohohoho. Okay, ich hab' Fahrer. Jetzt bräuchte ich den mit dem Schild vor mir. Hab doch gesagt, ich nehme jetzt Roadhog. Achso, okay. Hab ich nicht gehört. Nein, ich hätte noch kurz warten müssen. Ich hätte Triple-Quizien. Ich war nämlich die ganze Zeit alleine. Ah, hier wär's jetzt super. Soldier's down. Soldier's down. Nein, Roadhog, diesmal nicht mich. Roadhog's down. Haben wir mich. Fahrer. Down. Sehr schön. Hanzo. Hab ihn. Nice. Den Heiler. Der ist jetzt vor dir direkt. Alter, wie viele Soldiers haben die? Wend nicht so weit vor. Bleib beim Auto. Der schickt das Auto mal vor. Ja, mach ich. Der selbst, ja. Oh, Fahrer? Von wo? Wo hab ich? Oh, kam der Roadhog von hinten. Hat der mit aus dem Leben geholt. Na, ich mach's. Der ist, glaub ich, hier rein, oder? Der konnte mir richtig. Zehner-Strike, Alter. Auf die Nerven. Auf. Helden sterben nicht. Aber alles hat seinen Preis. Was? Batz! Junge. Alter. Oh, unser Geschütz ist kaputt. Das ist falsch. Der ist kein Heiler. Ich war noch mal ein bisschen. Ich hab dich in der Süd. Der hat einen Typen, Jungs. Bitte. Ja, der zündet einfach Ulti und dann noch. Bist du ein Mütter. Oh, Mann. Du ein Katzen. Das war jetzt so geil. Da ich vier, drei Stück eintöte, ist er. Dann wieder, äh, belebt Mercy sie wieder. Und ich schoss trotzdem noch die Weile. Boah, ich bin doch hier alleine, Alter. Ja, wir sind alle grad tot. Wir müssen jetzt mal... Stell dich auf. Ich berachte dich von hinten. Wir haben sie ja lange aufgehalten. Wir schieben muss ich ja so. Wir sind zu sechs dort. Habt ihr irgendwie ne Flächen-AE-Ulti? Nö. Der ist am Start. Sieht schlecht aus. Wir haben keinen Heiler mehr. Hansu ist tot. Vorsicht, Fahrer da oben. Nein, Alter. Das ist doch unglaublich. Warum sind wir überall? Überall. Wenn die alle unter der Brücke sind, sagt Bescheid. Sind sie. Alle selbst machen? Nein, 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 nein. Zwei seh ich. Warte. Oh, einer wird wieder. Ja, wir werden überbelebt jetzt. Zack, komm, schnell, schnell, schnell. Geht rein. Okay, Bogenschutz hab ich. Witz, Junge. Ja, neben noch zwei von den Soldaten. Wurz sind viele eingefroren. Was man kann. Hat mich auch zu schnell getötet. Der hat mich gepackt bekommen. Gut. Ach, Fahrer. Vorsicht, Fahrer. Fahrer ist oben. Fahrer mit Heiler im Anschlag. Das ist doch... Du bist doch... Wolltest du sagen? Oh, oben Fahrer. Ah. Der kann doch nicht ausweilen. Sehr schön. Wartung, Handholz. Oh, weg. Boom, Junge. Zwei hab ich. Und den Dicken kriegen wir mit dem Schild. Abtick ist tot. Ich bin so heiß. Ich bin so heiß. Naja, heiß als sonst. Ich bin wieder beim nächsten. Wer hat das gehört? Abtum von oben. Abfahrer. Oh, Fahrer. Abfahrer ist da. Ab Heilerin von denen. Warte, ich hab gleich Ulti. Ja. Am besten Wann hast du ihn. Die haben auch noch einen Junkrat. Kannst du die da hinschmeißen? Kannst du die da hinschmeißen? Ich bin tot. Der hat mich gemäßt. Der hat mir Headshot gegeben. Ja, ich bin auch tot. Jetzt musst du ja auch das. Doppelkeller da. Tolger. Äh, Messia hat noch an. Ich bin dran. Atom, Hand zu Ulti. Vorsichtig! Wieder zwei. Hab zwei von denen. Und hinten golt. Loll, die haben wir alle. Komm. Teamkill. Wir haben wieder Ulti. Ja, wir haben noch Ulti. Okay, jetzt müssen wir uns aufpassen. Wir haben noch 50 Sekunden. Teamkill. Das heißt, wir brauchen schon 10 bis 20. Abfahrer. Wir sind schon wieder da. Wenn sie, sind sie unten? Sind sie unten, sind sie unter der Brücke alle? Ne. Ne, ne, warte, ich steh hier. Fahrer ist auch voll tot. Dings kommt von oben, der mit dem Hammer. Das war ein bisschen. Dank mir, wenn alle unten sind. Ne, ne. Hast du nur ein Junkrad? Oh, der Tank ist bei mir oben. Ah, ich bin tot von oben. Was hast du noch Ulti? Ich bin tot von oben. Soll schon. Hast du die Ulti noch? Ja, ich hab's noch. Wow. Jetzt dürfen sie unter der Brücke sein. Ich bin tot. Ja, unter der Brücke alle. Schaffen wir, schaffen wir. Sehr schön. Ah, wieder ein Kill. Brauch mir den großen Ulti, um den Auto wegzukriegen. Sehr schön. Nein, nein. Nein! Der, der, der Ding. Schlüssel auf den einen, der hat mein Schiff. Schweigschütze angefroren. Mir stirbt Kass. Alles klar, was ein Laksha. Brauch, die noch. Oh, der hat immer. Ich bin tot. Oh, die Ulti war gut von ihm. Die hat viel versaut. Alles tot. Jawohl. Bam! Boom! Stimmt, hat Chris mir meint, ne? Oh, das ist auch schlecht, Alter. Alter! Waren so Schicksalsmomente mit Mei dabei? Ah, du warst es, siehst du? Na, wo du alle eingefroren hast, oder? Entweder das oder das nicht. Jetzt geht das alle abkühlen. Das ist auch so extrem. Mir stirbt Kass... Und die zwei hab ich auch noch getötet. Hätt ich jetzt auch behauptet. Kills mit Kamikaze-Reifen. Zehn Stück. Crazy. Mathe, du Rüppel. Schreibt dir jemand. Ha 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 ha, so, dann würde ich sagen, das war die erste Runde Overwatch. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst ein paar Kommentare da und wir sehen uns zur nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.